Was ist das für ein Hilfer? 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 Nein, nein, Sie können es für sich behalten. Können ich? Das sind keine Leiden für gewöhnliche Frauen. Doch für Mädchen, die kurz vor ihrer Hochzeit den Bräutigam verlieren. Ich sage, Rachelie, bitte wirklich, Sie sind mir nur versprochen. Ich hier versprochen? Wann denn? So habe ich Sie verstanden. Ja, hätten Sie mich doch nur recht verstehen können. Was ist das für ein Hilfer? Und euer Magenfisch ist auch der Magenfisch. Das ist das für ein Hilfer? 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 Das ist das Hilfer? Das als Hilfer? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020